servus meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es endlich wieder weiter mit der 96 der kolm ist endlich da wo ich schon jetzt hingelegt genau und hier vom bergose racing keine produktplatzierung oder sonst was den ganzen mal gekauft bin gespannt wie er jetzt passt ist jetzt kein originalkolm aber ich würde sagen ich packe erstmal aus und dann sehen wir weiter hier haben auf jeden fall einen schönen wössner kolben oder wössner oder wie auch immer man das ausspricht ist ein deutscher kommt tatsächlich bin ich mal gespannt passmäßig ob der ganz gut passt oder nicht immerhin für euch im detail ist ein 101,96 kolben also 101,96 mm damit soweit zylinder und kolben gemessen und haben uns jetzt für den 101,96 entschieden weil er tatsächlich vom einbauspiel am besten passt hier haben wir die neuen kolbenringe dabei ölabschreibringen und sonstwas und den kolben jetzt ist das geile warum wir kein original genommen haben der wössner kolben wie man schon unscheinbar erkennen kann haben wir gerade den alten noch hier der alte ne das ist nicht der alte da ist der alte so hier kann man allein schon gewichtstechnisch das könnt ihr jetzt nicht spüren aber gewichtstechnisch ist der wössner viel leichter hier haben wir einen aluminium kolben und hier haben wir einen grauguss kolben müsste grauguss glaube ich sein tatsächlich ja das heißt allein von den materialien haben wir auf jeden fall schon unterschied ich bin mal gespannt von der verarbeitung sieht der echt ziemlich top aus man kann hier jetzt schon erkennen wir haben jetzt hier keine beschichtung drauf wie bei dem kolben hier zum beispiel hier sieht man so eine leichte grafit beschichtung wir haben jetzt bei dem hier nicht ob das jetzt vom vorteil ist sei es mal dahingestellt also ich kenne zum beispiel nur kolben mit einer grafit beschichtung das hat dieser jetzt nicht aber was ich jetzt bisher über den kolben als solches gehört habe war nur gutes deswegen haben uns wirklich tatsächlich nur für den wössner kolben entschieden wir montieren jetzt auf jeden fall heute kolben und zylinder vielleicht kriegen wir sogar in dem videoteil schon die karre zum laufen weiß ich tatsächlich nicht wie alles funktioniert es kann sein dass wir ein paar vertitions brauchen und ich noch nicht genau weiß ob ich alle da habe deswegen wird das auf jeden fall so ein problem sein genau ich würde sagen ich montiere jetzt erstmal schnell die kolbenringe da ganz wichtig drauf zu achten nur für euch jetzt schon mal als tipp die kolbenringe könnt ihr so oder so rum einbauen theoretisch macht es bitte nicht also die beschriftung die muss immer nach oben zeigen die geschriftung zeigt immer nach oben da sehe ich auch die muss immer nach oben also die reihenfolge haben wir zu beachten ölabschreifring also scheibe ölabschreifring scheibe dann der ring dann der ring also dunkle dann der helle prinzipiell am besten anfangen mit dem untersten ring spricht unterste nut wäre jetzt hier ölabschreifring dann dementsprechend kompressionsring und nochmal kompressionsring hier oben ja ich würde sagen montieren wir mal rasch und geht weiter jetzt nur nicht zu weit drücken so sieht auf jeden fall ganz gut aus so freunde kolben ist soweit drin mit kolbenring hier ist ganz wichtig darauf zu achten der kolben darf nicht zu weit raus gedrückt werden in dem sinne deswegen immer darauf achten das haben wir jetzt gemacht ist genau bündig und ja jetzt heißt es auf jeden fall dichtflächen erstmal sauber machen kolben und zylinder soweit drin letzte schritt kolbenring beziehungsweise hier kolben sicherungsring hier beziehungsweise kolben bolzen sicherungsring mein gott keine ahnung auf jeden fall der ring sprengring der wird jetzt auf jeden fall hier reingedonnert ganz wichtig brennraum beziehungsweise motorraum am besten mit irgendeinem tuch bedenken dass da nichts rein fallen kann falls der mal flutscht so freunde kolbenring bolzen clip ist jetzt drinnen ich zeige es euch einmal so sieht das ganze jetzt hier aus wie gesagt ganz wichtig putzlappen da drin hier haben wir die befestigung vom kolben da ist der kolben bolzen clip schon von vornherein drin gewesen nur wie gesagt ganz wichtig darauf achten mit dem lappen rein fußdichtung sitzt auch jetzt soweit jetzt werden wir auf jeden fall erstmal den zylinder als solches langsam runterdrücken wir wollen es nicht zu schnell machen damit der kolben nicht irgendwie verkantet vereckt oder was auch immer deswegen drücken wir jetzt langsam gleichmäßig mit zwei händen den kolben runter und dann ja und dann geht es eigentlich schon ans kopf montieren und so alle dichtungen werden natürlich neu gemacht zylinderkopf dichtung ist eigentlich klar wie die eingebaut werden kann so nicht also so ja so nicht ist ganz klar wie die rum eingebaut wird das ist glaube ich selbsterklärend dann achso übrigens Joel hinter der kamera ehrenmann da ist er doch so ganz wichtig ist bevor man den kopf festziehen muss die nockenwelle auch wieder rein weil die kriegst du sonst wegen dem rahmen hier nicht mehr rein wir setzen auf jeden fall jetzt erstmal jede schraube leicht an ich würde sagen damit das Vino nicht zu lang wird ich ziehe jetzt die kopfschrauben an so wie es im Werkstatt wohl steht ich werde wahrscheinlich unten in die beschreibung alle anzugrät für euch reinpacken damit ihr dementsprechend die auch habt wichtig ist ich kann nicht gewährleisten dass es auch für andere modelle passt ich kann nur gewährleisten dass es für die 15er smc auf jeden fall passt aber ich denke mal für die anderen modelle sollte es nicht anders sein wie gesagt alle angaben unter vorbehalt so Freunde jetzt geht es um den tollen Kettenspanner der ist jetzt soweit schon mal ein kleines Stück drin hier ist ganz wichtig nicht komplett reindrücken also nicht indem sie so ja jetzt könnte sogar schon in der richtigen Lage drin sein ihr müsst einen gewissen Abstand hier unten einhalten am besten nehmt ihr ein 1€ oder 2€ Stück am besten 1€ genau unter dieser Kante drückt ihr dann runter könnt ihr es eigentlich daran erkennen wenn ihr hier unten könnt ihr das sehen hier unten minimal nur noch Luft hat also er ist jetzt auf jeden fall im richtigen Modus den bauen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein diesmal Justin hinter der Kamera weil Joel nix kann ihr wisst bescheid ne soll ich schon mal irgendwas einblenden hier das schneide ich natürlich rein am besten einen kleinen Inbus nehmen hier hinten den Verschlussdeckel einmal öffnen Steuerkettenspanner war drin Verschlussdeckel ist drauf und jetzt heißt es einfach nur noch hier drücken einmal kräftig jetzt kann man so sehen der Öldruck passt wichtig ist nicht in die Mitte drücken sondern außen von dem Kanal man kann das jetzt hier schön spüren und sehen der ist auf jeden fall gespannt Steuerkette ist fest Steuerzeiten stimmen auch überein Kurvelle ist unten immer noch fixiert also ganz wichtig Kurvelle immer noch fixiert lassen Nockenwelle ist soweit arretiert das heißt Steuerzeiten stimmen überein weil Kurvelle ist abgesteckt hier oben haben wir meine Markierung die fluchtet ja Steuerkettenspanner ist auch soweit fest hier machen wir jetzt gleich nochmal den Verschlussdeckel drauf und dann heißt es einmal Kipphebelwellen rein mit den Ventilschimps die ich vorausgeholt habe die mache ich jetzt genauso rein wie ich sie vorausgeholt habe ähm und dann werden wir gucken wieviel Ventilspiel wir aktuell auf jedem Ventil haben und dann gucken ob wir irgendetwas angleichen müssen oder nicht das machen wir jetzt mal so meine Freunde Karre ist soweit zusammengebaut wir haben jetzt alles angeschlossen wir haben den Auspuffracken gemacht wir haben den Luftfilter dran gemacht wir haben den Ventildeckel drauf gemacht wir haben den Ventilspiel eingestellt also Jannik du hast Glück du hast genau perfekt äh entmaßt vom Ventilspiel Junge weil 0,07 bis 0,13 darfst du haben 0,13 darfst du haben 0,13 ging wunderbar gerade so eben durch 0,15 natürlich dann nicht mehr das heißt da hast du richtig Lack gehabt Junge ich habe erst gedacht so Digga wir müssen ausmessen bestellen und was auch immer naja Ende von Niedes passt auf jeden Fall ähm Elektrik haben wir angeschlossen wir haben die Drosselklappe soweit angeschlossen ähm mit Einspritzventil natürlich die Einspritzventil sitzt in der Drosselklappe beziehungsweise nach der Drosselklappe ähm weil viele denken immer das sind Vergaser nein das ist ein Einspritzer ja ähm das haben wir auf jeden Fall gemacht wir haben ein Steuergerät wieder angeschlossen wir haben Batterie angeschlossen Kühlmittel eingefüllt ähm ja das haben wir auf jeden Fall gemacht Motoröl haben wir auch gewechselt ich würde sagen explodiert schon mal nicht das ist schon mal gut äh der Drosselklappe ist natürlich drin ist nur kein Loch also ein guter Diesel na schauen wir mal so Leute nicht irritieren lassen das Qualen was hiervon ist das ist hier vom Kühlmittel und von den ganzen Ölen und Fetten was wir haben äh deswegen nicht irritieren womit hier sogar so ein bisschen aufkühlen das ist ganz normal ja Karre läuft auf jeden Fall neue Kolben ist drin neuer Zylinder jetzt nicht aber der alte Zylinder war noch soweit gut Karre läuft wir werden auf jeden Fall ähm Plastics noch nicht montieren Schwingeln auch noch nicht festziehen denn Lenkkopflager kommt als nächstes dran dazu werde ich euch auf jeden Fall auch noch ein Video machen ähm wie wir das Lenkkopflager tauschen ähm ja aber sonst war's das für heute würde ich sagen und ich würde würde sagen checkt die ganzen Jungs hier alle hinter dem Hintergrund mal ab hier so Mädchen natürlich auch den bitte nicht natürlich hier Irrmann äh es geht ja aber weiter komm ja ich würde auf jeden Fall sagen das war's mit dem Video wenn euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen an Abo wäre natürlich auch mega geil checkt natürlich mein Merch ab Link unten in der Beschreibung ist der Link ähm Support ist kein Mord ich freu mich auf jeden Fall und ich würde sagen in diesem Sinne haut rein Leute bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal